Doch, da ist einer erschienen. Das heißt, du hast sie. Ja, nein, habe ich nicht. Nein, da hast du. Okay, ich habe die. Du hast sie. Was willst du denn? Grüner Luma, die sind selten. Wir haben noch nie mit denen geredet. Habe ich auch gar nicht nötig. Jetzt, warum spawn ich denn hier, ey? Weil der mit dir gesprochen hat. Kann er mich nicht vor dem Steuer ankrassen? Wir kommen doch jedes Mal da hin. Und er ist eigentlich auch immer da. Nein. 110, ey. Ich komme nicht weiter. Oh, scheiße. Ja, soll ich es machen? Dann machst du den und dann mache ich die Kühlheidenmünze in dem Bosslevel. Ich würde den auch gerne mal probieren. Okay, das ist gut. Das ist echt nett, dass du das Level nochmal auf dich nimmst. Du meinst, ey. Beheilung, ey. Das war ja vorhin schon schnell. Jetzt muss ich die Sterne sammeln mit Uhren, oder was? Alter. Ich muss nur zum Ende kommen. Ich muss nur zum Ende kommen. Ja, ja. Das wäre zu krass. Ey, wenn du jetzt die Sterne noch sammeln müsstest, ne. 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 Das machen wir dann nicht. Ne. Dann machen wir nur 119. Dann machen wir nur 119. Dann machen wir nur 119. Genau, ne? Ja, ja, ja. Okay, dann fange ich hier an. Ich gebe hier eine Runde. Hier rüber, oder? Ja. Ja. Da ist eine Uhr. Da. Hier, zweite Feld. Zweite Feld. Ja, ja. Alles cool. Du stimmst. Alles ist krass. Ja, ist okay. Dritte Feld. Hier, 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 hier. Hier. Wir können eine Uhr brauchen, ey. Das Feld da? Ja. Scheiße. Die Zeit, ey. Skipp nach hier. Schräg, skipp. Schräg, skipp. Ja, die Uhr. Sammel die Uhr. Sammel die Uhr. Sammel die Uhr. Alles cool, alles cool. Springen, weit sprung. Du musst das nur noch aufmachen. Ich glaube, ich habe mehr Panik in dem Navigap als du, ey. Ich glaube auch, ey. Ohne Scheiße, das war so krass, ey. Das war auch easy, ey. Ja. Wie du das gemacht hast, ist wirklich easy. Ja, genau, ey. Das ist voll krass, ey. Wenn du vor allem abgehst, wie so ein Z-4, ey. Ja, cool. Schneller Stern, ey. Das kann man schon Speedrun nennen, glaube ich. Ja, 1-3. Was 1-3? Eine Minute, 3, 11. Hat das gerade gedauert? Ja. Nein, das war doch viel schneller. Nein, stand da unten, egal. Ja, gut. Läuft, ne, läuft. Wir haben jetzt 106, 105. Ich glaube, 105, ey. Wir sind bald durch. Drehen und wenden ohne Unterlass. Wahrscheinlich ohne Wolke jetzt, oder was? Aber ohne Unterlass. Alter, da sind da viele Ups. Brauchen Sie nicht so viele Ups? Oh, wie im Balken fast eins, ey. Aber wirklich, ne? Ich glaube, du hast einfach keinen Wolken, Mario. Und musst dich beeilen. Und mit Marius. Oh, das ist voll schneller. Und nur einem Leben. Du bist gestorben. Nicht so lange, der auftritt. 1,13 ungefähr? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jetzt weiß ich auch, warum da so viel... Alter, wieso rutscht du denn da so ab? Keine Ahnung. Der war doch schon enorm. Der war ja gerade, oder nicht? Also in Marius Sunshine wäre der okay gewesen. Da war das nicht so... Da haben wir das nicht so eng still nicht gesehen. Dig, dig, dig. Jetzt spring doch mal, mach Dreh... Ja, okay, passt. Kannst du mir das Ups nehmen? Kann ich den nehmen, ey. Ja, es ist schwer zu sagen, wann... Ja. Oh Mann, Alter, was ist das denn, ey? Ich glaube, diese Pinöpel solltest du sowieso gar nicht berühren, ey. Nee. Bei denen ist die Physik so kaputt. Jetzt will er dir zeigen, wie du das machen musst, ne? Oder war das vorhin schon das Schild? Drehen... Oh Gott, ey. Bei denen bist du immer ein bisschen ungeduldig, ey. Ich habe jetzt auch gedacht, dass da eine Lücke zwischen ist. Ja, das gibt nur ordentliche Vibe-Counter. Ja, weil das so schnell geht, ey. Wenig Ladezeiten, ey. Schnelle Vipes. Schnelle Vipes. Hier nix. Da ist ein Joschen. Ich habe gelogen. Jetzt fängt er an. Diese Pinöpel sind scheiße. Ganz ehrlich. Doppelsprung oder so? Na ja, versuch's mit dem Z.A. Ist mutig, ist mutig. Alter Schwede, ey. Der ist groß, ey. Ist groß. Ja, da ist eine Hälfte, ey. Ja, Mann. Springen rüber über die Hälfte. Da ist ein Joschi drin. Da ist echt ein Joschi drin. Hat er gar nicht nötig, ey. Ich brauch den nicht. Gerade sagt er noch, oh, Vibe-Counter, ne? Und jetzt habe ich gar nicht nötig. Ich mag den nicht. Den kann ich keinen Weitsprung machen. Mit den Joschi kann man keinen Weitsprung machen. Du nimmst den immer noch nicht mit, ey. Du siehst ein bisschen panisch aus, aber du weißt, was du... Oh fuck, Alter, das ist dein Ende. Oh Mann, nice, ey. Ich muss dich dafür jetzt mal loben. Nein. Aber das war ein guter Save. Also, das war ein guter Save. Ich bin irgendwie zu hektisch, ey. Wie kann die Katze bei dem Lärm ja eigentlich pennen? Ja, ne? Ich biete dir hier so'n Joschi an. Also, du musst nicht, aber ich biete ihn hier einfach mal so an. Ich lass das mal so im Raum stehen. Ja, obendrauf. Schon mal sehr sicher. Diese Schrauben gab es auch bei Benjoukiss. In Rusty Bucket Bay. In dem Schiffsraum. Maschinenraum. Du bist voll konzentriert, ey. Ich mach die Kommentare allein. Ja. Maschinen-Schiffsraum. Maschinen-Schiffsraum. Mach mal weiter und ich rede hier mit den Viewern. Ja, was geht, ey. Was geht? Du lässt Joschi einfach da, ey. Er hat dir gute Dienste erwiesen, aber es reicht dann auch irgendwann. Oh nein. Du, machst doch einen Wandsprung. Nee, nee, das hätte nichts für ihr war. Nee, gib da auf. Kann er nicht. Mag er nicht. Will er nicht. Muss er nicht. Warte. Okay. Ähm. Ich sammel Ups für dich ein. Uuuups. Aber du machst auch unseren Sternenzähler ganz hoch gerade. Das ist nicht schlecht. Sternenteilezähler, ja. Ich meine, was will der Luma haben später, ey. Mann, warum rutscht der? Lass den Joschi da, ey. Alter, ich bin so schlecht, ey. Ey, ey, sei mal nicht. Ich küsste dir. Vor allem hast du gerade keinen U-Ko bekommen. Ich sag's nur, kein Druck oder so. Lass den Joschi da. Ich dachte, das ist die hintere Schraube, das ist die vordere Schraube. Wow, ey. Hast du gekifft? D. Ach so. Ja, genau. Du dachtest, die ist die. Und da hinten die ist dann die. Und da hinten ist dann gar kein. Lass dich auf die da. Mann, ey, ich hab keine Lust mehr. Du hast keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich stell mich aber immer so dusselig an. Stell's dich auch an, ey. Oder so ein Mensch. Du findest das übelst lustig, ey. Ich find's wirklich ein bisschen lustig, um ehrlich zu sein. Weil ich hier einfach nur der Dumme bin, der daneben sitzen muss und es schön zuglotzt, ey. Lass Joschi da. Das war so eine Panikreaktion gerade, ey. Ja, was? Ich dachte, ich war jetzt laut. Jetzt... Ah, ich glaub, ich... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ohne Scheiß nicht, ey. Erstmal Joschi da lassen. Meine Hände spitzen wie Sau von diesem Scheißi, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, schon 335 Stern. Nein, ja, ist okay. Okay. Ja, du musst immer ein bisschen abwägen, ob du, ähm, weitermachst oder erst mal noch einen sicheren Stand auf dem Block holst, wo du gerade bist, weißt du. Oder ich laber Scheiße und du machst einfach. Wir haben gut bekommen. Ja, mal wieder eins. Das ist jetzt, glaub ich, der megagroße. Ja, läuft. Aber mit Joschi ist es schon ein bisschen einfacher, ey, der gibt dir ja immer diesen kleinen Mini. Alter, du kommst kaum vorwärts, soviel nach links musst du rennen, ey. Den nächsten Hälsch... Ja, passt. Okay, geil. Er hat ihn! Er hat ihn! Du musst ihn wieder abverschneiden, Alter. Gar kein Problem für ihn. Gar kein Problem. So nach 15 bis 20 Mal Sternen. Und wieviel Sternteile haben wir jetzt, ey, Alter. Fast 400 Sternteile hast du gesammelt. Hab ich gesammelt. Ich hab nicht eins gesammelt, glaub ich. Du warst mit anderen Dingen beschäftigt. Ich war mit Sternen beschäftigt. Ja, dann mach ich mal hier den, äh, ne? Lass das mal den Papa machen. Wo soll das eigentlich gewesen sein? Ich glaub, ich weiß wo. Vor dem letzten Boss gab's einen Mini-Planeten, da musst du, glaub ich, einmal rumlaufen. Aber ich würd auch auf den Boss-Planeten trotzdem gucken. Ne. Okay. Ja, hier hätten wir den ja bemerkt. Aber du kannst jetzt den hier übernehmen. Ah, das ist entspannend, ey. Ist das entspannend. Ich muss die Kack-Busse nicht bekämpfen. Wo die ersten gehen, ne? Ja, ja, da hast du ja auch keine Anstalten gehabt. Und da wir jetzt wissen, wie der Handmann geht. Der Handmann ist das? Ich nenn den Handmann. Ich nenn den... Hand... Geist. Mir fällt nichts ein, ey. Komm mal her mit deinem Schwanz jetzt hier. Jetzt hier. Jetzt stirbt man in der Runde. Sehr gut. Und du hier mit, ey. Da ist sie. Ja? Ja, andere Seite des Uwe. Die ersten sind Feuer. Oh! Das ist kommend. Schaffe ich's ohne mich zu wegzubewegen? Hm, Moment. Nein, du schaffst es nicht ohne den... Ja, weil das Feuer da gerade und so. Und überhaupt. Der schießt eins zurück. Beim nächsten Mal schießt er zweimal. Bist du sicher? Voll mal kurz. Warum ist der jetzt so sauer, ey? Er hat seine... Guck mal, er hat seine verdammte Kronung. Guck mal, was er da für... Fünf, 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 äh... Was ist das? Was ist das denn da hat, ey? Ich muss ja auch noch da hinlaufen. Einmal hinten rum. Einmal hinten rum. Einmal hinten rum. Das Kevlar. Wie? Das glaube ich jetzt nicht, ey. Oh Mann. Kevlar und eine Kometenmünze. Ach, das ist jetzt für den nächsten Boss, ne? Der nächste ist doch... Ist das der Kevlar? Der Maulwurf ist das doch... Ah ja, stimmt. Ja, da hast du auch keinen Kevlar gebraucht, oder was? Ja, nee, aber für den Geist. Aber ich habe die Kometenmünze. Aber ich habe die Kometenmünze. Aber ich habe die Kometenmünze. Geist. Ich habe keine Zeit zu verschwenden hier, auf dem es geht. Sternenteile. Wir haben kaum noch sprechen. Sternenteile. Ja, ja. Wie dann geklärt, oder? Klingt wirklich wie doppelt, oder? Eins zu eins. Kann ich ihn jetzt rausforcieren, oder muss ich einfach warten? Ähm, aber... Jetzt macht er ja noch nicht den Charge. Wieso, ich kann nicht... Nee, aber wie kriege ich ihn jetzt? Ach so, jetzt. Jetzt macht er den Charge. Nee. Ach doch, macht er doch. Ja, ja, ich bin schnell. Ja, okay. Ich bin schnell. Rushed. Ich bin so... Ich habe ein Herz bekommen. Bitte? Wo habe ich das Leben her? Wo hast du mich gerade gefehlt? Oh Mann, krass. Und ich habe mir mitgenommen, obwohl er nicht mal was bringt. Voll jetzt von dir. Schmeiß ihn weg. Nimm noch einen, schmeiß ihn auch weg. Nimm noch einen, schmeiß ihn auch weg. Soll ich dir die Steine kaputt machen, oder was? Ich weiß nicht, ey. Wie fliegen die denn? Wie bist du ihn ausgewichen? Ja, einfach gelaufen. Ja, aber du kannst es. Ey, komm, erste Phase, weißt du? Ach so, wenn er zweimal das da macht, dann machen wir rechts über links die äußersten Weg. Genau. Da bin ich auch fast zu früh rüber. Ah, jetzt muss ich offensiv nehmen, also einmal zack und dann läuft er hin und dann ist er hin. Mach Steine. Der Handmann. Der Handmann. Und jetzt ganz nah, ne? Ding dran, damit er die Hände dann da stammt. Das ist so geil. Ja, das ist echt eine gute Strategie. Die Faust. Falkum Punch. Spüre die Faust. Falkum Kick. Bist du blöd? Du machst immer deine Hände hoch. Oh, bist du ein Idiot, ey. Ich muss rushen. Du rushst es so krass, Mann, ey. Aber der wird jetzt schwierig. Ja, der wird. Hier dachte ich, wo ist die Kometenwitzel. Ja, da hätten wir die auch gesehen. Wo ist die denn? Warte, ich guck mal. Ich muss ja rushen, ey. Warum haben sie diesen Zwischenplaneten überhaupt da gemacht? Das weiß ich auch nicht, ey. Ohne Scheiß, ey. So überflüssig. Ist er einfach so ein... Ja. Weil es ist einfach so ein Fleck noch dahin, und das man nochmal schütteln muss da. In den Sternen. Ich weiß echt nicht, ob ich das jetzt so gut hinkriege, ey. Sechs Leben. Ich habe fünf. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt geht die Action, ey. Ah, schade, ey. Der wäre ja richtig krass gewesen, wenn man ihn geschafft hätte. Das wäre ein krasser Speedkill, ey. Yes! Ja, das wäre trotzdem krass, ey. Oh, krass! Okay, Kometenwünze haben wir. Jetzt brauchen wir noch näher... Wir haben alle Kometenwünzen, glaube ich. Wenn jetzt nicht noch mehr Scheiße kommt. Nee, ich glaube auch, dass wir alle... Jetzt sammelst du meinen Stern ein, ey. Mein Schwert, nein? Ich werde noch mal ein Brötchen machen, glaube ich. Wir haben keine Brötchen. Ich meine Rot. Ja, klar. Schaffst du das nicht? Gott, ich finde das nicht, was jetzt kommt. Was kommt nicht überhaupt? Liegest körperlich lang, ne? Nee, 110 brauchen wir da. Dann musst du jetzt in die erste Welt und alle Kometen. Oder nicht? Ja. Ich gucke mal. Ich kann ja hier... Wie geht ein Weltenkarte? Da oben bist du noch übersetzt. Da ist er. Das ist wie ein Bowser, ey. Ich bin ein bisschen neidisch, ey. Weißt du überhaupt, wo das Brot ist? Ich muss den... Ich muss den ganz großen Typen da machen, den Panzer, mit einem Leben. Glaube ich. Risiko-Komet ist ein Leben, oder? Ja. Ja. Ich muss hier mal alleine Commentary machen, das ist auch komisch hier, ey. Kann ich ja gar keinen Flamen hier gerade. Oh, letztes Mal habe ich den nicht getroffen. Man sieht, ich kann auch ein bisschen alleine mal, was? Das war nicht immer, aber... Man gibt sich Mühe, man gibt sich Mühe. So, da bin ich. Was habe ich verpasst? Ich musste alleine spielen. Ich habe Risiko-Komet. Oh mein Gott. Und ich muss das Level auch noch vorher machen, das finde ich ziemlich unfair, ey. Das ist echt scheiße. Ja. War das vorher auch hier? Ja. Nein, das war ein anderes. Das war doch mit diesen Drehdingern. Das kommt noch. Muss ich schießen. Jetzt geht's wieder. Ich muss, wenn's rechts ist, muss ich da hinschießen, ne? Oh, oder? Ja. Dann muss ich es abwägen. Ich glaube, du musst quasi daneben schießen. Hier, das habe ich vorhin gemacht, so. Ja, ne, die Rakete haben wir mitgenommen. Oh, die trifft. Ich habe gehört, du hast gesagt, du kannst niemanden flamen, ey. Ja. Okay. Das war schon ein bisschen ungewohnt. Ich habe die Hammerbrüder alleine gekillt. Das war schon ziemlich gut für mich, ne? Ich habe den gerade erwischt, glaube ich. Echt jetzt? Ne, doch nicht. Ach. Batterie ist alle. Das ist jetzt nicht so gut, aber heute können wir welche holen zur Not. Stimmt. Ich kann die Dinger wegschießen. Das ist cool. Jetzt merken wir den Punkt dann. Ja, Mann. Das ist aber sehr großzügig gewesen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist wirklich... Ist das was Neues? Ja, ja, ja. Da war vorher diese Drehdinger. Du hast recht. Das ist neu. Du musst ja richtig die Balance halten jetzt. Ach du Scheiße, ey. Wow. Ah, das wechselt von alleine. Hast du gesehen? Du musst nicht die Balance halten. Dann kann ich mich drauf einstellen. Links, rechts, links, rechts. Ja. Schade. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Die machen auch echt gemeine Dinge. Fallerei. Ja, dass das Level auf einmal anders ist, ne? Ja, und auch ein Leben nur. Mensch. Soll sowas. Diesmal hab ich ihn getroffen. Guck. Alter. Der steht aber wieder auf. Ist einfach. Ich mach die Dinger vorher weg. Boah, ich krieg ja immer zwei Ups von. Die Dinger vorher weg. Die Dinger vorher weg. Ja. Alle erwischt. Ja, das ist zu meinem Hinschie so. Ich wollte dir nur helfen. Ich krieg sowieso nur, egal wo ich da drin bin. Ja, wie soll ich dir da helfen? Ich kann dir nur helfen, indem ich meine Fresse halte und das Ding nicht so in deiner... Da kommt endlich ein Save, ey. Nice. Wolko Mario. Ja, nimmst du das gut dran. Ja, geh links lang, ne? Braucht man nicht mal, ey. Jetzt kommt er. Jetzt haben die einfach verändert. Die haben das komplette Level einfach auf den Kopf gestellt, man. Kacken und Heiß, ey. Da kennen die nichts. Bibi. Ja, wir kennen deine Marken noch mehr. Sind die länger? Ich glaub schon. Machst du die Kugeln noch weg, ne? Auch das noch. Oh, achte auf den Strom. Ja, ja. Na, ich muss an die Dinger. Kann ich nicht festhalten. Tun mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Hält ganz schön lange, ja. Jetzt fährt er seinen Tower aus, ey. Der krasse Typ. Oh, du bist aber mutig, ey. Loch! Nein! Da war genau das Loch, oder wie? Da war das Ende der Welt, der ist ganz an den Rand gefahren. Die Sau, ey. Und du tanzt auf ihn und dachtest, ich geh runter. Ja, ja. Woher soll ich wissen, dass das nichts ist, ey? Mach gerade durch, ey. Ja. Stimmt! Kann ich jetzt hier auch skippen. Der schießt keinen gelben Dinger mehr. Ja, weiß ich nicht, ey. Irgendwie... Okay. Ahem. Und wir wissen jetzt, dass die Wolken verschwinden. Verschwinden die? Ja, ich stand da eben, da musste ich eine neue machen, weil die weggegangen ist. Das ist mal war das so ab. Und da steht er ganz am Rand. Da hat er sowieso gleich wieder seinen Scheiß Sog da. Jetzt steht er ganz am Rand und da bist du runtergejumpt. Ja, okay. Ja gut, ich habe nichts gesehen. Wo fährt er denn hin? Jetzt muss man ein bisschen gamblen mit dem Elektro. Ich hatte auch Angst. Ich habe keinen Bock da jetzt. Macht er den in der Phase überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch. Naja, geschafft. Nice. Nice, 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 nice. In welcher Welt war das jetzt? Fünf, glaube ich. Ah, du gehst dir rückwärts? Ja. Ja, kann man ja. Ja, kann man ja machen. Dann mache ich jetzt Welt 4. Aber der Bombsch mit mir, ja. 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 Vielen Dank.